Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Bei der Macht von Lukas Schorsch. Wir haben den Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast. Und hier sind eure Sith Lords. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen bei den Jedi-Nerds, eurem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Paderwan Michael, ich grüße dich. Sei gegrüßt. Ich hätte ja eigentlich ein Bonjour sagen müssen. Ich komme ja direkt aus dem Erzen von Europa, aus Brüssel. Ich habe mich ins politische Brüssel geworfen. Und da stehe ich da auf dieser Veranstaltung. Es war ein Sommerfest des Landes NRW, in der Landesvertretung NRW, was es alles gibt, in Brüssel. Und klein ist die Welt. Da stehe ich da, will mir gerade ein Altbier am Tresen ziehen. Und dann drehe ich mir rum, wer steht hinter mir? Maximilian Krah. Nee, der kommt ja zu. So eine Rotze haben wir ja Gott sei Dank nicht in NRW. Nee, Flinten-Uschi. Der von allein steht hinter mir. Guckt sie mich an. Und ich glaube, sie hat mich verwechselt und reizt sie mir so die Hand. Ich so, ja, guten Abend, Frau von der Leyen. Und sie ist wieder gegangen. Die hört Nördizismus. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich wollte ja noch einen Wüst fragen, was er zur letzten Folge meint, aber der war so schnell wieder weg. Also von daher, da waren sie alle. Ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle. Ich sage das. Du und deine CDU-Bubble. Nein, stopp. Das ist vom Land NRW. Die Bubble bestimmt immer der, der da ist. Ja, das war natürlich jetzt eine unionslastige, aber die Neubauer war auch da. Das Witzige ist, die Barley, Katharina Barley, SPD und seines Zeichens, ja, oder ihres Zeichens, ja, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, stand nicht auf der Liste. Und wurde auch von den Security-Leuten erst nicht erkannt, weil sie durch den falschen Eingang nämlich gekommen ist. Das war sehr spaßig. Da mussten sie nämlich nochmal außen rum gehen, bis dann da irgendjemand sie gesehen hat und reingewunken hat. Ja, das war sehr spaßig. Also du bist einer von diesen politischen Influencern. Nee, 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 ich kannte da ja gar keine Sau. Ich wurde da vom Bekannten, der das mitorganisiert hat. Der hat mich eingeladen, netterweise. Und das ist für eine interessante Erfahrung gewesen, die ganzen Menschen, die man so aus dem Fernsehen kennt, ja, dann da auch mal live zu sehen. Von daher vielen Dank an der Stelle nochmal. Und das war schon cool. Die hatten da, Kasala hat gespielt als Band. Die hatten dann auch verschiedene Live-Acts und so weiter da. Das war wirklich ganz cool. Und lecker rheinisches Essen gab es. So ziemlich jede Biersorte aus NRW, die man sich so vorstellen kann. Nee, das nicht. Es gab Füchschenalt, Mühlenkölsch und noch irgend so einen Pilz. Das kannte ich nicht aus. Im Rheinland war das. Denn es wurde vom Rheinland hat es gespannt sein. Also war sozusagen unsere Heimat nach der Tischplatte. Inklusive EM-Livestream? Man hätte es gucken können, ja. Man hätte es gucken können. Aber es hat sich jetzt für Frankreich gegen Belgien, haben sich meistens jetzt nicht so viel interessiert. Man stand recht lange am Würstchenstand an. Da hast du aber gar nicht so viel Zeit gehabt. Wie komme ich jetzt da drauf? Eigentlich nur, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis du jetzt hoffentlich gar nicht so schnell deine kurze Einleitung sagst, wo man sonst noch was von uns hören kann. Weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob die heutige Folge irgendwie so lang wird. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Für alle, die was Längeres hören oder sehen und da lesen wollen, die gehen ganz einfach auf nerdizismus.de. Denn da findet ihr alles, was wir bisher aufgenommen, geschrieben und sonst noch so gemacht haben. Und auf dieser wunderbaren Webseite, da findet ihr mehrere Möglichkeiten, uns auch Feedback zu geben, indem ihr ganz einfach auf den Haha-Feedback-Button klickt, den ihr an mehreren Stellen habt, wo ihr uns entweder eine Sprachnachricht an die WhatsApp, an die 015259647709 schicken könnt. Entweder Präher-Sprachnachricht oder ganz klassischer Textnachricht. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben an die info.nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit uns mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de slash Discord. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Sterne. Die könnt ihr uns vergeben bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast Addict. Das ist natürlich ganz fantastisch, wenn ihr uns da mal was hinterlasst. Und ihr streicht euch auch schon mal ganz dick im Kalender Halloween an. Denn am 31.10. gibt es im Rabbit Hole Theater die nächste Nerdy-Christmus-Ausgabe. Und das ist dann eine Halloween-Edition. Muss man wieder auch wieder im Kostüm kommen, um einen Halbpreis zu haben. Ja, und das auch wieder streichst du, weil die letzte Show, sie ist noch nicht veröffentlicht, war ein ziemlicher Knaller in jeglicher Hinsicht. Zum einen hat uns die liebe Mina kurzfristig abgesagt, weil sie es aus persönlichen Gründen nicht geschafft hat. Und da brauchten wir kurzfristig Ersatz. Und der gute David Grashoff ist eingesprungen. Der ist Stand-up-Comedian. Und ich würde mal sagen, wie sagt man so im Bühnen-Genre, im Medien-Genre, der hat abgeliefert. Der hat auf die Bühne abgeliefert. Also, wenn die Show rauskommt, die war ein Knaller. Und wir holen die Mina nach. Vielleicht an Halloween. Mal gucken, ob wir da uns terminlich noch einigen können. Das wäre ein Knall. Aber auf jeden Fall wird die Halloween-Show richtig gruselig werden. Gruselig ist die Acolyte, wie manche sagen, irgendwie auch. Gucken, wie es unsere Hörer finden. Wir haben ein bisschen Feedback gekriegt. Zum einen eine Mail vom Nils. Der ist ein bisschen late to the game. Der schreibt uns nämlich wegen Ahsoka. Aber auch das wollen wir natürlich zu Wort kommen lassen. Er sagt aber auch, ey, lieber Chris, lieber Michael, diese Nachricht kommt aber Monats zu spät. Ich habe gestern erst eure erste Folge zu Ahsoka gehört. Und danke für eure so sympathische Erwähnung unseres Gesprächs und den Hinweis auf den Artikel. Ja, denn der Nils hat mit uns ja für die jüdische Allgemeine einen Artikel gemacht. Und da ging es um die jüdischen, mosaischen, semitischen Motive in The Mandalorian. Da könnt ihr einfach mal noch ein bisschen mal googeln, Mandalorian, jüdische Allgemeine. Da hat er einen Artikel gemacht, dazu ein Essay geschrieben. Und wir haben dabei einen kleinen Beitrag geleistet. Wie Chris weiß, habe ich mich ja wirklich gezwungen, Clone Wars und Rebel durchzuschauen. Daher habe ich erst am vergangenen Wochenende die erste Folge Ahsoka geguckt. Und natürlich eurem Podcast dazu auch erst gehört. Seit dem 7. Oktober ist meine Serienzeit etwas begrenzt. Ja, das glaube ich, wenn man in dem Bereich arbeitet, da hat man gerade ganz andere Themen. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und bin wegen der Story auch ein wenig enttäuscht. Allerdings finde ich Rosario Dawson als Ahsoka schon sehr stark. Ahsoka ist mir vor allem durch Clone Wars als Charakter sehr ins Herz gewachsen. Und sie macht ja auch eine Entwicklung durch. Ich finde sie daher nicht zu ernst gespielt. Ich kann es sein, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass so von diesem Snips aus Clone Wars nicht mehr viel übrig war. Ich glaube, das meinst du, Nils. Kann gut sein, dass es das war. In dem Moment, in dem sie aus dem Jedi-Orden ausgetreten ist, hat sie doch bereits eine große Reife erlangt. Aber ja, ich hinke etwas hinterher. Ich freue mich trotzdem auf Thrawn. Ihr habt die beiden neueren Trilogien von Timothy Zahn zu ihm gelesen oder gehört. Haben wir das? Neuere Trilogien von Timothy Zahn? Jetzt bin ich gerade neu. Ich habe mir die alten klassischen Bücher vor ein paar Jahren mal angetan. Die neuen habe ich noch nicht, aber der soll ja auch sehr gut sein. Ich wollte es mir nicht unbedingt antun. Ich hatte mit der High Republic da gestartet, weil ich war jetzt so in einem alten Thrawn drin, dass ich vielleicht Verwirrung bei mir gestiftet hätte, wenn ich jetzt den neuen Thrawn auch noch gehört oder gelesen hätte. Aber ich habe auch nur Gutes über die neuen Bücher dazu gelesen und gehört. Ist ja auch wieder der Serien, der darüber schreibt. Ja, und ich meine, bisher galt ja die erste Front-Triologie so als der heilige Gral der Fortsetzung. Und jeder hat halt gesagt, verfilm doch die Scheiße. Ich übrigens auch, wo ich sage, mach das doch. Klar, da hättest du natürlich jetzt so altersmäßig mit Luke Leher Hahn und so ein Problem gekriegt, aber dann machst du halt einen Recast. Mein Gott. Wir sind doch im Film. Wie viele Kirks haben wir jetzt schon gesehen? Also von daher, das ist doch nicht schlimm. Ja, das traut sich Star Wars ja noch nicht, dieses Recast. Ja, das ist wirklich, außer halt hier bei Solo. Und ich finde, da haben sie den ja auch ganz gut getroffen. Wie hieß er nochmal? Das ist halt auch sowas, ne? Den hast du halt auch vergessen, den Schauspieler. Olden Ehrenreich. Olden Eric, Olden Reich, Olden Ehrenreich. Irgendwie sowas, ja, genau. Und er hat sich, glaube ich, auch gedacht, wie einige in den Sequels gedacht haben, sie kriegen jetzt eine große Hollywood-Karriere. War dann nicht so. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt Daisy Ridley irgendwie so megamäßig durchgestartet wäre. Ja, die hat schon ein paar gute Filme oder beziehungsweise, ich weiß nicht, gute Filme. Ich habe die Filme mit ihr danach nicht gesehen. Deshalb kann ich nicht sagen, ob die gut waren oder nicht. Aber sie hat schon nochmal wieder ein paar Filme gedreht. Und sie scheint ja noch nicht genug von Star Wars zu haben, auch trotz der Rezeption der Fanbasis zu den Sequel-Filmen. Und es wird ja gerade der Rey-Film gedreht. Ist der nicht schon am drehen? Sind die nicht schon mitten dabei oder wird der immer noch geschrieben? Keine Ahnung, da bin ich ein bisschen raus. Gleiches gilt auch, ich meine, ja, sie dreht Filme, das ist schon klar. Aber jetzt sag mir doch mal, was der letzte Blockbuster-Hit von ihr war. Ja, war doch der zweite Murder on the Orient Express. Ja, das ist ja eine Ensemble-Show. Ja, aber da war ja sie ja eine der Hauptcharaktere. Das ist richtig, ja. John Boyega ist halt auch sowas. Ich meine, der hatte noch vier Filme danach gemacht. Aber der war ja vorher auch nicht unbekannt. Also John Boyega, der hat ja vorher auch schon gemacht. Und der hat erst recht keinen Bock mehr auf Star Wars. Ich glaube, der hat das für sich ähnlich wie Harrison Ford damals abgeschrieben, dass er nochmal zurückkehrt zu dem Ganzen. Ja, aber Harrison Ford ist halt zur Action-Ikone der 80er geworden. Ja, aber damals hatte man ja auch nicht so viel Star Wars wie heutzutage. Ja, aber ich sage, dann war er ja Indiana Jones und dann hat er ja noch in diesen ganzen Thriller mitgespielt, so frantic und der einzige Zeuge und der ganze Kram. Also das sind ja durchaus auch bekannte Filme, weißt du, was ich meine? Und das kann man jetzt von den anderen irgendwie auch, ich meine, da ist ja im Grunde genommen der Einzige, aber der war auch vorher schon gut im Geschäft, Oscar Isaacs. Das ist der Einzige, der mir ehrlich gesagt wirklich präsent ist von dem ganzen Main-Cast, der da so rumhüpft. Ja. Also ja, wahrscheinlich tue ich jetzt ein bisschen pauschalisieren und so weiter, aber ja, ich finde, da ist jetzt so viel gar nicht so rumgekommen. Naja. Doch, Kylo Ren hier, Schauspieler, der hat das gemacht. Ja, stimmt, stimmt, Adam Driver. Ja, okay. Adam Driver, der ist ja auch in dem neuesten, in diesem, nicht Babylonian, Megalopolis-Film von Francis Ford Coppola, den alle so crazy finden. Den würde ich ja auch gerne sehen, aber ob der jemals hier in die deutschen Kinos so kommt, wie der auch in den Vorstellungen präsentiert worden ist, das fände ich schon lustig. Hast du von dem gehört, was die da während den Previews gemacht haben? Nee, gar nicht. Also letztendlich Francis Ford Coppola hat sein Passion-Project gemacht, Megalopolis, hat er komplett selbst finanziert irgendwie. Und er hat Shia LaBeouf wieder einen Job gegeben. Genau, er hat Shia LaBeouf wieder einen Job gegeben, aber da haben auch ganz viele. Ich glaube, Dustin Hoffman ist dabei und alle möglichen anderen sind da. Laurence Fishburne, John Voight, ja. Alle, alle. Also der hat völlig freie Hand bei dem Ding gehabt, weil er es komplett selbst finanziert hat. Und Natalie Emanuel, Natalie Emanuel. Erinnerst du dich noch, wir hatten sie im Interview. Ja, natürlich. Also wie gesagt, sind alle so ein bisschen dabei und der soll total abgefahren sein, dieser Film. Der ist bis jetzt, ich glaube, in Cannes gezeigt worden und noch an ein, zwei anderen Stellen. Aber es traut sich noch kein Verleih so wirklich dran, den rauszubringen, weil der wohl absolut abgefahren ist und kein Mainstream-Kino-Film sein soll. Aber das Lustige, während der Vorstellung soll, interagiert dieser Film mit einem Live-Schauspieler auf der Bühne. Also es kommt irgendwann irgendwer da rein, der mit dem Typen im Bildschirm spricht oder sprechen muss, damit das Ganze Sinn macht. Und natürlich, dass bei so einem Massenpublikum, wenn es mal richtig ins Kino kommt, kannst du ja nicht irgendwie deine 10.000 Leinen-Darsteller engagieren, die das Ganze dann machen. Aber ich habe bisher Interessantes über diesen Film gehört und jetzt, wo wir über Adam Driver geredet haben, ist der mir wieder in den Sinn gekommen. Und Adam Driver, der hat gut zu tun gehabt, auch nach Star Wars. Ja, und der hat auch die längste Filmografie von allen nach Star Wars. Wenn man es einfach einmal nur quantitativ abzählt. Und da stimmt, den hatte ich natürlich vergessen. Also, sagen wir es mal so, es gibt gemischte Reaktionen. Es ist ja, bei den Harry Potter ist es ja auch so. Ich glaube auch, dass Robert Bryant hat auch ein neues Management, weil zur Zeit ist der wieder relativ häufig zu sehen, nachdem er ihn jahrelang gar nicht gesehen hat. Und vielleicht könnt ihr ja der Daniel Radcliffe hier mal fragen, wie man das so macht. Nee, Daniel Radcliffe, ich finde den einfach nur noch großartig. Alles, was der in den letzten Jahren gemacht hat an Filmen oder Serien, der hat eine Nische für sich geschaffen. Und erstens ein großartiger Theaterschauspieler. Ein großartiger Theaterschauspieler, der ist auch wieder in irgendeinem Musical die ganze Zeit auf dem Broadway unterwegs, macht die ganze Zeit irgendwelche abgefahrenen Filme, auf die er nur Bock hat. Und das sieht man ihm an, dass er Spaß macht. Genau, wie Playmobil, der Film zum Beispiel. So ungefähr. Ja, ist so. Ja, aber er hat schon noch ein paar andere... Und Viktor Frankenstein. Genau, genau. Das waren spitze Filme. Nee, er hat ein paar coole... Dieser Fartman oder wie der hieß, wo er eine Leiche spielt, die die ganze Zeit furzt. Und dann den Typen, wo er irgendwie ganz Akimbo hieß, das Ding noch. Das hat er auch gemacht. Also Daniel Radcliffe bin ich mittlerweile ein riesen Fan von. Ich war nicht unbedingt ein Fan von seiner Darstellung des Harry Potters später, aber es lag nicht unbedingt die ganze Zeit nur an ihm. Aber die Karriere, die er nach Harry Potter hatte, großartig. Und der Typ ist auch richtig cool drauf, wenn man mal Interviews mit dem so mitbekommt. Was sagst du jetzt dazu, dass in der neuen Harry Potter Serie jetzt Harriet Potter statt Harry Potter ist? Ja, das wär's ja noch. Warte mal, die bereiten einen Release für 2026 vor. Die haben einen Showrunner dafür bekommen. Die Showrunner für die Harry Potter Serie sind gar nicht unbekannt. Ich glaub, das sind die, die hinter White Lotus und ein paar anderen HBO-Sachen stecken. Also eher was Ernsteres. Ein paar High-Profile-Leute, die das machen. Casting-Announcements sollen auch wohl nicht mehr weit weg sein. Also da werden wir in den nächsten Monaten, spätestens im nächsten Jahr, noch einiges von hören. Ja, ihr merkt schon, wir schweifen wieder ab. Deswegen gehen wir mal zur nächsten Mail. Der gute Elmercy hat inzwischen... Genau, eine Sache möchte ich noch zu Ahsoka sagen, nachdem wir die Mail hatten. Bailen Skull, der wird recastet. Die suchen einen neuen Bailen Skull. Okay. Für Season 2. Hm, wer könnte es denn machen? Wer ist denn so in dem Alter, sieht imposant aus, kann sich einen guten Vollbart wachsen lassen und kann badass gucken? Wir haben ja keinen Sean Connery mehr. Ja, 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 wirklich. Ohne Witz, das wäre so ein Sean Connery in seinen 50ern. Das hätte gut passen können, hast du recht, ja. Oder lass es Oscar Isaacs machen. Der kann sich doch auch bestimmt einen weißen Bart wachsen lassen und dann hat er nochmal eine weitere Star-Wars-Rolle. Ja, Johnny Depp macht's. Elmercy schreibt uns, hallo Master Chris und Paderwan Michael, endlich mal besprecht ihr eine Serie, die ich auch gucke. Und es ist sogar ein Podcast mit Fachsimplei. Geil. Was wollen die Siv? Ja, die Frage haben wir letzte Woche gestellt. Die Jänner wollen Ordnung und die Siv wollen Chaos. Peace is a lie ist der erste Satz des Siv-Kodex. Frieden ist Stagnation. Mit der gleichen Begründung ist fast unser, bei lauter mal der Trainer gefeuert worden, Dirk Schuster. Nee, wie war das? Stagnation ist Rückschritt. Hieß es da und dann ist er rausgeflogen. Danach sind wir fast abgestiegen. Egal. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die Siv sind Sozialdarwinisten. Sie glauben, dass nur durch Kampf und Krieg die Schwachen ausgemerzt werden und die Tüchtigen an die Macht gelangen. Nur der Krieg ermöglicht Fortschritt. Deswegen wollen die Siv, die jede vernichten und das Potenzial der Menschheit freisetzen. Okay. Leider spielt Philosophie bei Disney natürlich keine Rolle. Da geht es um Prinzessinnen, die starke Frauen sind. Ja gut, das geht es ja schon immer. Also ich meine, das war ja nie anders. Also ich meine, Leia, Boss, die Jungs schon ziemlich rum. Also von daher, das ist ja nichts Neues. Die Serie ist in der Tat flach und nicht nur optisch. Ich bin kein echtes, es ist halt kein echtes Star Wars, sondern Disney Star Wars. Mit der Erwartung bin ich auch reingegangen und ich fand die beiden ersten Folgen auch gar nicht so schlecht. Leider habe ich die dritte schon geschaut. Da reißen sie mit dem Arsch alles wieder ein, was sie in Folge 1 und 2 aufgebaut haben. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. In diesem Sinne bis zum nächsten Podcast. Was die PS, was ein Akolyt-Ecolite oder Adept ist, wusste ich natürlich als eifriger Fantasy-Laser auch schon vorher. So heißen die Nachwuchsmagier. Ja, Adept, das Wort, das sagt mir was. Aber Akolyt war jetzt nicht in meinem aktiven Wortschatz vorher. Übrigens zu den Cis hatten wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Ich habe nochmal nachgelesen, wie das nochmal mit denen war. Und vor tausenden Jahren gab es halt die Cis, ganz, 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 ganz viele Cis, aber die haben so viel miteinander gekämpft und sich so zerstritten, dass am Ende dieses riesigen Streits die Jedi quasi die Sieger waren und die Cis sich selbst zerstört haben. Und am Ende gab es nur noch einen davon und zwar Darth Bane und der hat die Rule of Two aufgestellt, dass es immer nur einen Meister und einen Schüler geben darf. Und das hat sich dann durchgezogen bis in die moderne Ära durch. Okay, und das ist in den Old Republic Spielen dann gewesen? Ich weiß gar nicht, Darth Bane, war der in den Old Republic Spielen? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Habe ich mir gar nicht mehr so sicher. Keine Ahnung, also ich weiß auch nur das, was ich gelesen habe, da ist wieder mein Wikipedia-Wissen oder mein Wikipedia-Wissen ist ja ähnlich wie bei Marvel damals, habe ich mir bei Star Wars dieses ganze erweiterte Universum größtenteils nur angelesen, indem ich wochenlang in Wikipedia unterwegs war. Ja, immerhin machst du das ja, denn das wird den Machern ja unterstellt, dass sie es hier nicht tun. Und da ist mir so eine ganz kleine Sache aufgefallen, wenn wir gleich über die Folgen reden, es gab ja einen riesen Backlash auf die, hier ist die Macherin Judy Hadley, weil sie ja im Interview gesagt hat, ja, Leslie Hadland, als sie ja im Interview gesagt hat, ja und Erzbo Dezu ist ja lesbisch. Oh, da ist ja das Internet explodiert. Ich habe mir mal das ganze Interview angeguckt. Genau, genau, es war ja ein Spaß, es war ja eine Klügelei, die die da gemacht haben. Richtig, ganz genau, weil nämlich der Reporter, der jetzt auch nicht gerade der, sagen wir mal, der heterose Interviewer aller Interviewer war, halt gemeint hat, naja, er ist schon ziemlich der Meinung, dass er zur C3PO ja schwul sei. Daraufhin haben sich die Mädels ziemlich gepisst vor Lachen und hat dann, hat halt die Leslie Hadley im Scherz eigentlich gemacht, ja gut, okay, und dann ist halt Erzbo Dezbo lesbisch. So, that's it, ja, das war sogar ganz lustig. Und ja, wenn ich es mir halt zurecht schneide, wie ich es halt gerne hätte, kann ich natürlich so ein Soundbit draus machen. Das ändert übrigens nichts an der Geschichte mit, dass Anakin den Todesstern zerstört hat. Das hat er zweimal hintereinander gesagt, aber das war jemand anderes. Ja, also ich kann, diese Serie hat ihre cringen Momente, die wirklich grenzwertig grottig schlecht sind. Aber das sind Sekunden, Szenen, ja, ich finde es insgesamt gesehen, finde ich es immer noch okay. Es ist eine mittelmäßige Show. Es ist, es wird, also ich, 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 ich kann diese, ich habe nochmal geguckt, ne, es sind immer noch 14 Prozent bei Rotten Tomatoes. Also das Ding ist durchgebombt bis zum Verrecken und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass, das ist inzwischen, hat es eine Dimension angenommen, die also grotesk ist, wo ich echt sagen muss, so Freunde. Also, ja, ich verstehe, worauf manche hinaus wollen, ja, aber ein scheiß Charakter ist halt ein scheiß Charakter, egal welche Hautfarbe oder egal welches Geschlecht er hat. Und hier finde ich das jetzt alles einfach nicht so grottig, wie es gemacht wird. Definitiv, also ich habe auch wirklich, das ist ja komplett eskaliert bei dieser Serie, dieser Toxic-Fan-Backlash, den es gab, auch völlig ungerechtfertigt. Ich meine, diese Dinge, die da besprochen werden, erstens sind das Elemente, die Star Wars in irgendeiner Form immer schon drin hatte, sei es in den Expanded Universe oder irgendwelchen Nebengeschichten oder was anderes. Also man braucht sich nicht darüber nach, darüber aufregen, dass irgendwelche anderen Splinter-Groups die Macht so ein bisschen anders für sich bezeichnen. Das gab es doch immer schon in den erweiterten Geschichten. Das gab es sogar schon onscreen. Genau. Einer von den Ewok-Teilen, entweder war es Karawane der Tapferen oder der andere, kam vom Endor, ich glaube Karawane der Tapferen war das. Da gibt es eine formwandelnde, und sie wird sogar Hexe genannt, wenn ich mich recht entsinne, die auch, es wird halt ein bisschen magischer dargestellt, als das jetzt so Obi-Wan und so ein Kram gemacht hat, ja. Aber de facto hast du da eine formwandelnde Hexe, und die halt da irgendwo auf Endor rumhüpft. Also, ja. Ja, total. Und wenn sich Leute über die beschweren, dass es ein Hexenkoven ist, der nur aus Lesben besteht und das ja überhaupt nicht irgendwie reinpassen kann. Hey, wir sind in der Galaxie Far, Far Away, die George Lucas extra so betitelt hat, um alles zu lösen von dem, was heutzutage los ist. Und dementsprechend kann doch alles passieren in irgendeiner Form, was da nur möglich ist. Ich meine, ihr habt euch vor 20 Jahren über Midichlorianer aufgeregt, regen sich viele Leute noch auf. Da rege ich mich heute noch auf, weil das war, das war, ja, weil das wirklich, das war einfach eine unnötige Erklärung von Dingen, nach denen niemand gefragt hat. Ja, aber ich meine, da kann man noch argumentieren, dass das Teil von Lukas Plan seit langem war und dass man ihm einfach, er ist der Macher, er hat letztendlich die Macht hinter dem Ganzen. Er kann schreiben als Autor, was er mit dieser Welt machen möchte und wenn das irgendwem nicht gefällt, die Welt gehört zwar nicht mehr dem Autor, aber sie gehört auch nicht nur der einen Ecke von Fans, muss man sagen. Klar geht das, haben die Fans einen gewissen Anspruch daran, dass ihre, das ist ja auch so schade, dass das, was sie lieb gewonnen haben, auch in ihrem Sinne weitergeführt wird. Aber so funktionieren heutzutage Geschichten einfach nicht. Wenn verschiedene Autoren und verschiedene Leute rangehen, da hat jeder seine eigene Sicht und bringt jeder einen eigenen Aspekt zu dem Ganzen dazu. Und das, was hier in Acolyte passiert, finde ich ja noch nicht mal irgendwie revolutionär oder irgendwie anstößig in der Richtung. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Acolyte uns noch oder mir zu nah an dem Ganzen dran ist, wie die Galaxie 100 Jahre später noch porträtiert wird, wie wir sie kennen. Und ich finde es super, wenn wir endlich mal ein bisschen andere Ecken und andere Leute und andere Gruppierungen und vor allem ein anderes Zeitalter kennenlernen. Und das mag ich so an dieser Serie. Ich meine, letztes Mal haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass wir etwa auch vielleicht auch ein bisschen skeptisch waren, noch nicht hundertprozentig dabei sind, dass wir in den Charakteren noch nicht ganz drin sind. Ich muss sagen, diese drei Folgen haben mich in die Serie reingezogen und haben mir Lust auf mehr gemacht, weil wir uns nicht nur mit den Skywalkers beschäftigen und weil wir nicht auf das Übliche hinauslaufen, sondern weil diese Serie auch so ein bisschen Dinge anders macht, als Star Wars es bisher gemacht hat. Und das mag ich so sehr. Gerade reden wir mal über diese dritte Folge. Ja, die ominöse dritte Folge, die Skandalfolge. Die Skandalfolge. Ich fand die super. Ich fand es sehr gut, dass wir uns plötzlich mit dem Hintergrund des Ganzen beschäftigt haben und Einblicke in eine Welt bekommen haben oder auf einen Planeten, den wir erstens noch nicht kannten. Und Einblicke von Perspektiven von einer anderen Personengruppe, die die Jedi nicht nur als die Lichtgestalten sehen, die sie eigentlich in der Galaxie repräsentieren, sondern die sie vielleicht nochmal aus einem anderen Licht betrachten, aus einer anderen Perspektive, dass die Jedi vielleicht nicht immer nur die Guten sind. Und das muss man ja dazu sagen, die sind in der High Republic unterwegs, wo es Tausende von Jedi gibt, die quasi die Police Force der Galaxie ist. Und da ist es ganz klar, dass das nicht die göttlichen Mönche der weisen Zukunft sind, die für immer alles gut machen, sondern dass auch bei den Jedi durchaus Leute geben kann, die nicht so mit der Macht umgehen oder nicht so mit ihrer Verantwortung umgehen, wie sie gehen sollten. Und ich fand diesen Blick, diesen anderen Blick auf die Jedi, den wir ja auch schon in so ein bisschen, wo wir auch skeptischer in den Prequels sogar auf die Jedi drauf geschaut haben, fand ich gut, weil es gibt nicht nur die eine Perspektive auf das Ganze. Und die Jedi, ehrlich gesagt, sind die Jedi die meiste Zeit scheißenlangweilig. Total langweiliges Völkchen, was versucht nach Guten zu streben. Und die meisten Jedi, die wir irgendwie kennengelernt haben, sind einfach nur lose Schablonen, die versuchen irgendwie das Gute in der Welt zu repräsentieren. Und das macht am Ende nicht einen interessanten Charakter aus. Und wenn die Jedi ein paar Facetten dazu bekommen, finde ich das viel spannender, als dass wir immer nur diese gut Menschen Mönche da zu sehen bekommen. Ja, kann ich alles genauso unterschreiben. Was ist jetzt also in dieser dritten Folge Schlimmes passiert? Nicht nur, dass es ja so manche Leute jetzt getriggert hat, dass da also ein, wobei, ein lesbischer Hexenorden, also, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht. Und wenn es der Gaze der Hexenorden aller Hexenorden ist, so fucking what? Außerdem wird es ja gar nicht explizit gesagt, ja. Also, ich meine, es kann ja auch sein, dass sie halt das Kind ausgetragen haben, weil es halt einfach eine Schwesternschaft ist. Und ich fand da jetzt gar nicht, dass da unbedingt so diese Love Story so hundertprozentig irgendwie implementiert wurde zwischen dir und zwischen der Mutteroberin und ihrer anderen Tante da. Also, deswegen, und ich fand auch jetzt die Tatsache, und das wird vielleicht einige unserer Hörer wundern, weil es mich bei manchen Dingen halt dann auch, weil ich mich bei Discovery oder sowas da tierisch aufrege, aber irgendwie finde ich jetzt die Tatsache, und das ist ja das, was die meisten aufgeregt hat, dass jetzt Anakin halt nicht mehr das einzige Chosen One Wunderkind und unbefleckte Empfängnis-Child ist. Und damit wäre jetzt ja alles zerstört und bla und überhaupt. Das hat mich ehrlich gesagt irgendwie so gar nicht, das hat mich gar nicht so getroffen, das hat mich eigentlich überhaupt nicht getroffen. Und das hängt übrigens auch so ein bisschen mit diesem Midichlorianer-Quatsch zusammen, weil das, also andersrum, das über die unbefleckte Empfängnis, da habe ich mich schon bei Episode 1 drüber aufgeregt, und von daher fand ich das sowieso immer scheiße. Also das war so ein Aspekt in Star Wars, den ich immer dumm fand. Und dadurch, dass ich den Aspekt halt immer doof fand, ist es mir jetzt halt auch völlig wurscht, ob das jetzt halt ein einzigartiges Ding war oder ob es halt irgendwie noch jemand anders hingekriegt hat. Und ich meine, Palpatine hat ja in der einen Folge auch gesagt, war das Episode 3, wo er dann gesagt hat, dass er eben auch eine Möglichkeit gefunden hat, der darf, hau mich tot, Leben zu schaffen. Von daher habe ich mir da ehrlich gesagt, jetzt habe ich nie großartig drüber nachgedacht, aber dann war das für mich sowieso immer, ich hatte ja ehrlich gesagt auch bei Rey draufgesetzt, dass die auch so ein Child ist. Weil es hätte halt auch noch gepasst. Wundere mich eigentlich, dass sie das nicht gemacht haben. Und von daher... Bei Rey hatten sie ja gar keinen Plan, leider. Genau, da hatten sie halt gar keinen Plan. Und deswegen hat mich das überhaupt nicht so geärgert. Und ich habe es aber dann auch mal verglichen im Livestream bei Last Geek Tonight mit, und da habe ich mich ja tierisch drüber aufgeregt, über, weißt du noch, bei Strange New Worlds mit dem Doktor Mbenga, der seine Tochter ja im Transporterpuffer hält. Und das hat mich ja insofern geärgert, als dass halt die Leistung, die etablierte Canon-Leistung von Scotty, der das als erster erfunden hat, oder der als erster auf die Idee kam, jetzt von einem dahergelaufenen 0815-Sternen-Flotten-Arzt, der kommt selber auf die gleiche Idee. Und das ärgert mich aber, und das sind aber ganz andere Gründe, weil wir haben ja einen etablierten Charakter, Scotty, der über 30 Jahre aufgebaut wurde, der einfach für ein gewisses technisches Erfindungsreichtum steht. Und man hat ja auch nicht mit Geordi, oder auch O'Brien haben ja nie versucht, ein Scotty-Klon zu sein im Writing. Sondern das sind eigene Arten von Ingenieuren im Maschinenraum. Jeder auf seine Weise. O'Brien ist kein Scotty. O'Brien kommt auf gute Lösungen, aber das ist kein Scotty. Weißt du, was ich meine? Ich versuche gerade so ein bisschen, das Wort zu sagen. Ja, ja, ja. Aber bei Anakin ist es ja auch durchaus so gewesen, er hat ja selber nichts dafür gekonnt. Ja, genau. Also es ist ja außerhalb seiner Kontrolle des Ganzen. Darauf willst du ja wahrscheinlich hier hinaus. Richtig. Genau. Und, nein, ich will auf das eine hin, aber ich will auf was anderes. Ich will story-wise auf was hinaus. Ja. Dadurch, dass Scotty sozusagen die Ingenieurslichtgestalt ist, und diese Nummer mit dem Transporterpuffer, wo er sich dann da über 70 Jahre da abspeichert, alle ganz, boah, das ist ja die Mega-Idee, wir sind es ja noch da drauf gekommen, also praktisch mit seinem technischen Erfindungsreichtum zusammenhängt, ja, fand ich diese Lösung vom Dr. Mbenga 200 Jahre vorher, dass dann so ein hergelaufener Schiffsarzt auf die gleiche Idee kommt, halt eine Minderung der Leistung von Scotty. Verstehst du, was ich meine? So. Dabei muss es das ja noch gar nicht mal sein. Die Technologie ist ja da. Ja, aber so. Not macht erfinderisch. Ja, okay, von mir aus, aber von mir aus das war halt so. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und hier ist es so, hier hat ja keiner eine Leistung erbracht. Also, irgendjemand hat Anakin halt ins Leben gerufen, und wahrscheinlich war es, glaube ich, Comic, war es halt, glaube ich, Palpatine. Aber das wurde ja nie großartig gesagt. Von daher war das für mich auch nie irgendwie was göttliches. Und, 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 und. Und, ganz ehrlich, der Charakter von Anakin funktioniert im Rahmen dessen, wie dieser Charakter überhaupt funktioniert. Er funktioniert nämlich an vielen Stellen eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich. Aber diese jungfräuliche Empfängnis ist völlig irrelevant für den Charakter. Also völlig. Ja. Komplett irrelevant. Klar ist er der, ja, er ist ein, ja, er ist ein, er ist ein, er ist ein, er ist eine Besonderheit in der Macht des Ganzen. Ob er jetzt von irgendeinem Mächtigen kommt, oder ob die Macht ihn jetzt selber geschaffen hat. Und das hat ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben ja genug Andeutungen dahin, dass er nicht eben die Macht sich selber entschieden hat, Anakin zu erschaffen, sondern, dass es doch irgendwie durch das, durch den Meister von Palpatine irgendwie doch zustande gekommen ist, dass der, die Midi-Glorianer, die Macht beeinflusst hat, dass am Ende Anakin geschaffen wurde. Und wieso nicht? Ich meine, klar, wenn es vorher diese Experimente gab und wenn jemand schon vorher versucht hat, Leben zu erschaffen, wieso sollen da nicht andere auch entsprechend drauf kommen? Und selbst wenn, Anakin könnte ja weiterhin etwas Besonderes sein, wenn die Macht ihn erschaffen hat, als wirklich Gegenpol zu den erstarkenden Thys, ohne dass irgendwer jetzt Einfluss darauf gemacht hat, gehabt hat. Dann waren halt 100 Jahre vorher andere, die halt ihre Experimente schon durchgeführt haben und versucht haben, jemanden zu erschaffen, aber das war dann immer noch nicht der Willen der Macht, dass die erschaffen worden sind, sondern der Willen von irgendwelchen Personen, die die Macht entsprechend leiten können. Und das finde ich schon interessant, dass es Experimente in der Richtung gab, dass man versucht hat, eine entsprechende Persönlichkeit zu schaffen. Und letztendlich ist es ja auch nichts anderes als eine künstliche Befruchtung nur durch die Macht. Eben, ja. Also ich fand, aber wie gesagt, deswegen, weil das für mich ein Aspekt war, den ich immer schon doof fand, war mir das auch dann also wirklich relativ egal. Von daher hat mich das halt überhaupt nicht großartig jetzt irgendwie gejuckt. Ich habe eher so, ach guck, die auch, ja. Also von daher, man hätte halt auch bei Anakin einfach sagen können, ja, der hat halt den höchsten M-Count jemals gefunden, das macht ihn halt auch zum Chosen One, fertig, aus. Ja, also es hätte halt gereicht. Aber durch diese ganze Midichlorianer-Nummer hat man sich natürlich dann jetzt auch ein Fass aufgemacht. Und alles, was du aktuell so an Star Wars-Content hast, was jetzt halt nach A New Hope und Co. spielt, ist halt, ja, ist halt jetzt auf diese Klon-Nummer ausgelegt. Ja. Bad Batch läuft drauf hinaus, Mandalorian läuft drauf hinaus, bei Ahsoka läuft es drauf hinaus und so weiter und so weiter. Also man muss jetzt irgendwie krampfhaft diesen Palpatine-Kloning- und Snoke-Klon-Scheiß-Gedöns erklären. Das muss jetzt gemacht werden. Ja, somehow Palpatine came back. Genau, damit somehow Palpatine returned. Damit das dann erklärt wird, ja. Dabei könnte man doch einfach sagen, vergessen wir doch einfach die drei Filme und vor allem den letzten und machen einfach mal so ein bisschen weiter. Das war also der eine Aufreger. Und ich freue mich, dass es für dich auch keiner war. Der zweite Aufreger war, dass in der Serie dann doch tatsächlich ein junger Ki-Adi-Mundi zu sehen ist, den man, ich glaube, in einen oder zwei Prequels, glaube ich, sieht, im Generat. Und er hat auch de facto eigentlich nur einen Satz. Ja, weil er irgendwann mal sagt, ja, die Sif, die Sif haben wir doch schon ein ganzes Millennium nicht mehr gesehen. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis, denn kommt jetzt in dieser Serie vor und daraus wird jetzt gesponnen, ah, da muss er ja wissen, dass es Sif gegeben hat, weil hier gibt es ja jetzt einen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warten wir erst mal die ganze Show ab. Genau, genau. Warten wir einfach mal. Erstens, also als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, der sieht aus wie der Typ aus den Prequels. Ja. Ist er das jetzt? Ist Yoda nicht der Einzige, der so alt werden kann? Das waren meine Gedanken dabei, weil ich einfach... Genau, ich wusste, ich dachte, das könnte ja auch einer von dieser Spezies sein. Fertig, aus. Genau, könnte auch einer von dieser Spezies sein. Und selbst wenn da jemand ist, dann ist er halt mittlerweile, ist er da ein junger Jedi und irgendwann steigt er auf in den hohen Ohren hinein, dass er halt mitbestimmen kann, was da so geht. Ist für mich aber völlig okay. Und ja, wie du gerade gesagt hast, wir haben auch noch nicht wirklich das Thema Fiss 100% bestätigt in dieser Serie. Alles, was gesagt worden ist von diesem dunklen Lord oder was er auch immer ist, ihr würdet mich Fiss nennen. Etwas anderes hat er nicht gesagt. Genau. Er hat nicht gesagt, er ist ein Fiss. Ihr würdet mich Fiss nennen. Vielleicht sieht er, dass eine Splintergroup von den Jedi ein Fiss sein kann. Das muss aber nicht heißen, dass er ein Fiss ist. Er wird am Ende ein Fiss sein. Klar. Ob es jetzt der Meister von Darth Plagueis ist, der dann wiederum der Meister von Palpatine ist, ist halt die große Frage und wahrscheinlich wird es auch daraus hinauslaufen. Ist okay. Und selbst wenn es dann am Ende, wenn er wirklich ein Fiss ist oder wenn er einer von den zwei Fiss ist, weil die müssen ja die Jahrtausende überlebt haben, immer Meister, Schüler, Meister, Schüler, Meister, Schüler, dann wissen wir ab diesem Zeitpunkt einfach, was die Cis da gemacht haben. Und wie diese Serie uns in den nächsten zwei Episoden zeigt, sind sie ja durchaus erfolgreich, ihre Spuren zu verwischen und Jedi reihenweise abzuschlachten. Ja, ganz genau. Also deswegen, da vielleicht rege ich mich am Ende nochmal drüber auf, aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, warten wir es mal ab und dann schauen wir mal, was da aber rauskommt. Immerhin haben sie uns dann doch ein bisschen überrascht. Wir hatten in der letzten Folge ja gesagt, oh, Carrie and Moss für zehn Minuten oder fünf Minuten. Nein, sie haben sie doch mal aus dem Hut gezaubert. Ich dachte mir schon, dass wenn sie kommt, dann nur nochmal in einem Flashback und nicht irgendwie als Force Ghost oder sonst irgendwas. Nein, sie haben sie nochmal aus dem Hut gezaubert. Und ja, ich mochte ehrlich gesagt diese andere Sichtweise auf die Jedi. Dass halt da eben auch eine Fraktion ist, die halt sagt, ja, Moment mal, ihr geht einfach auf Planeten und ihr guckt euch die Kinder an, ihr testet die und ihr nehmt die einfach mit. Ja, also was ist das denn für eine Nummer? Wenn man sich die ganze Zeit, wenn man sich mehr Gedanken über die Jedi an sich macht, erstens, dass die quasi sowieso früh Kinder aufgreifen müssen. Ich meine, eine kennen wir ja schon viel zu alt für die, dass der eigentlich nicht mit dem, der mal trainiert werden soll. Das heißt ja schon einiges, dass quasi die Kinder sowieso von ihren Eltern weggenommen werden. Ja, klar ist das irgendwie eine große Ehren, Jedi zu werden, aber ganz, du wirst damit quasi deine Nachfahren zur Nicht-Existenz bringen, weil Jedi dürfen ja auch noch nicht mal Kinder zeugen. Heißt, wenn du die abgibst, ist deine Linie, wenn du nicht viele andere Kinder hast, dementsprechend unterbrochen. Also hat er ja die ganze Zeit schon, was die Jedi mit ihren Schülern machen und die, worauf die sich alles einlassen müssen. Das hatte ja, dieses Zölibat und alles andere, hatte ja schon die ganze Zeit einen sehr faden Beigeschmack, wenn man sich mal mehr Gedanken darüber gemacht hat. Ja, im Grunde genommen schon, wenn du es so siehst. Und von daher fand ich das eigentlich mal ganz erfrischend, dass das halt einfach nicht so die unangefochten Heiligkeiten und Gutmenschen sind, sondern dass man das halt auch anders sehen kann. Also von daher, ich fand das jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Es gab allerdings schon ein paar Sachen, die ich auch wirklich schrecklich fand. Diese Tanz- und Musical-Einlage, die war ganz grausam. vor allem, weil dann auch noch der Score auch noch mitgesungen hat. Ah, oh, oh, und das war sowohl im Deutschen als auch auf Englisch. Ich hab da nochmal zurückgespult und hab's dann nochmal auf Englisch kurz nochmal geguckt. Aber das war sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch echt, also wirklich cringe. Das war wirklich nicht gut. Fand ich gar nicht mal. Das ist mir gar nicht so dermaßen. Doch, Power of many, Power of the one und dann bla. Und dann kam es, als der Soundtrack-Chor das halt auch noch gesungen hat. Das fand ich wirklich schlimm. Also da kannst du ja Chöre machen als Soundtrack, aber da müssen die halt irgendwas Unverständliches singen, so wie bei Duel of the Faith. Da, da, ba, ba, la, 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 ja. Da geht der dann auch nicht hier. Also ich meine, stell dir mal vor, die Tür geht auf, ja. Da steht dann da, 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 mit seinem Doppellicht-Schwert. Ja, also, nee, 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 nee. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen zu sehr verdorben durch, Durch Hamilton, ja, genau. Buffy-Shows, durch irgendwelche anderen, wo halt Hexen dargestellt werden. Es ist halt immer so ein bisschen, es ist immer so ein, so eine romantische Sichtweise noch da drauf, dass einfach gewisse Dinge mitschwingen bei so Hexen, ich weiß nicht, was Coven nochmal auf, auf Deutsch heißt. Orden. Der Hexen-Orden. Bei so einem typischen Hexen-Orden, das ist halt, das ist oft sehr kitschig in Filmen und Serien dargestellt. Die sind, die haben ihre Rituale, die haben ihre komischen Riten, die die da noch mit reinbringen und alles, was die irgendwelche Opfer gaben und so. Schau dir irgendwie, ist die aktuelle Sabrina-Serie oder die letzte Sabrina-Serie auf Netflix an. Und das ist alles so ein Riesen-Kitsch, der da mit reinkommt. Deshalb ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen, weil das war für mich so eine typische Porträtierung eines Hexen-Ordens im Film und Fernsehen. Ja, nee, ich fand's, ich fand's, ich fand's sehr, sehr, sehr unangenehm zu gucken. Hatte ein bisschen was von Stromberg. Und was auch unangenehm zu gucken war, und da muss ich leider sagen, ja, die zwei Kinder oder die Kinderschauspieler, die waren leider halt auch nicht gut. Also die zwei Mädchen und nicht nur die Schauspieler konnten sie nicht gut, okay, das sind Kinder, brauchen wir jetzt nicht draufhauen, Haken dran, aber das kann man auch besser casten. Aber die ganze Geschichte um die herum und die Beweggründe von May, nee, nee, I don't buy it. Also ich hab sowohl Osha nicht gekauft, dass sie da plötzlich zu den Jedi will, wie ich auch May nicht abgekauft hab, dass sie auf einmal den ganzen Laden abfackelt. Ja, also, wahrscheinlich haben wir noch nicht die ganze Perspektive in dieser Episode gesehen. Deshalb bin ich da noch vorsichtig, was die Einordnung der Ereignisse betrifft, die wir in dieser Episode gesehen haben. Und in einigen Stellen des Internets und auch die Showrunnerin hat wohl über den sogenannten Rashomon-Effekt gesprochen, der hier mitspielen soll. Also es gab einen von diesen alten Samurai-Filmen, Rashomon auf Englisch oder so, der ziemlich dafür berühmt ist, dass der ganze Film Szenen immer wieder die gleichen Szenen zeigt, aber aus verschiedenen Perspektiven. Und da deuten viele auch aus den Interviews mit der Showrunnerin, dass wir genau hier dieses Problem sehen oder eventuell in einer der nächsten Folgen die gleiche Folge nochmal sehen werden, nur aus völlig anderen Perspektiven. Denn wenn wir uns genauer anschauen, gibt es natürlich sehr viele logische Sprünge zwischen den Szenen und sehr viele Dinge, die plötzlich einfach passieren. Und ja, wenn sie es am Ende so lassen, wie sie es hier haben, dann kann man sagen, ja, kaufe ich auch nicht ab. Das ist irgendwie seltsam gemacht, ein bisschen cringe und da hätte man sich mal ein paar Gedanken über das Script machen können. Aber dadurch, dass die Leslie Headland über den Rashomon-Effekt gesprochen hat und dadurch, dass wir Andeutungen bekommen, dass nicht alles ist, wie es scheint, glaube ich, müssen wir abwarten, bis wir die ganze Story kennen, um das einzuordnen. Weil von diesem kleinen Feuerchen, was die Mail da gelegt hat, kann erstens nicht das Ganze meiner Meinung nach abgebrannt sein, obwohl wir hatten ja auch schon Feuer im Weltraum hier, wer weiß, wie stark das Feuer hier sein mag. Und wir haben weiterhin die Szene, dass plötzlich der ganze Hexenorden niedergemetzelt wurde aus irgendeinem ominösen Grund. Also wir sehen ja bewusst Dinge nicht, die hier passieren und warum sie passieren. Und in dieser Folge haben wir die Perspektive ganz stark aus Osshas Perspektive, weil wir ein bisschen von ihrem Hintergrund erfahren. Und vielleicht kriegen wir genau diese gleiche Folge ja nochmal aus Mails Perspektive oder aus Solts Perspektive. Und das hätte ich sehr spannend gefunden, wenn sie es in den zwei Folgen danach gemacht hätten, haben sie aber noch nicht. Und deshalb hebe ich mir mein Urteil auf, bis wir die ganze Serie gesehen haben, ob ich diese Folge wirklich so schlecht einordne, wie viele andere sie einordnen, oder ob wir einfach das meiste noch nicht gesehen haben, was hier im Hintergrund vor sich geht. Ich glaube allerdings, dass zu den Beweggründen von May und Osher, ich glaube, also es geht ja darum, dass May wird ja sofort so als das typische Klischee, ah, die rupft schon den Fliegen, die Beinchen und die Flügel aus. War das schon, war der schon als Kind immer auffällig? Ja, ja, der hat immer Schnecken gequält und so. Und das ist ja hier, sie ist einfach irgendwie so, ja, der gute und der böse Zwilling irgendwie so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass dieser Plotpoint noch größer ausgeführt wird, glaube ich nicht. Dass die toten Hexen nicht anders ums Leben gekommen sind, als man uns suggerieren will, ja, definitiv, ja, so schlecht werden die Jene jetzt auch nicht sein, dass sie da die ganzen Orden wieder metzeln, also von daher muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das habe ich nicht, wie gesagt, so, das ging mir alles irgendwie so, du bist böse, nein, ich bin gut, du bist böse, nein, ich bin gut, okay, dann bin ich jetzt gut, nein, du bist böse, was, wie, so, ja, und plötzlich bringen sich die Schwestern um, nachdem sie gerade eben noch gesagt haben, wie sehr sie sich lieben, also das war, ja, das war komisch. Ja, verstehe ich absolut und ich verstehe auch, dass das nicht ganz funktioniert zwischen den Schwestern, das ist für mich auch so ein bisschen das Problem an dieser Serie, dass es auch mit den älteren Schwestern nicht so hakt, einerseits von der Chemie, die die Schauspielerin mit ihr selber, mit sich selber hat, andererseits auch von der Darstellung des Ganzen hat es für mich noch nicht Klick gemacht und dabei ist es ja wirklich, sind diejenigen, die, oder ist die, die Schauspielerin, auf denen die Serie, auf deren Schultern die Serie getragen wird und dafür hat sie sich aus meiner Sicht noch nicht gut genug bewiesen, dass sie diese Serie alleine tragen kann und wir müssen ja daran denken, dass jetzt ein Großteil der Hauptcharaktere wirklich nicht mehr unter uns weilt und noch mehr von der Story jetzt auf der Schauspielerin, auf den Schultern der Schauspielerin lastet. Das, das macht mir eher bei den ganzen Bauchschmerzen. Ich finde, die Geschichte an sich, die da erzählt wird und wie sie erzählt wird, erstens hier, dass wir so eine Nebenstory bekommen, dass wir in der Folge danach uns auf einem wirklich sehr interessanten Planeten befinden und nicht diesen typischen Wüstenplaneten das x-te Tatooine, was wir hier sehen, sondern eine Naturlandschaft, eine Wald-Dschungel-Landschaft, die viel in Comics und Büchern beschrieben wird, aber die wir eher selten im Live-Action bisher bekommen haben. Das fand ich das Ganze spannend daran. Außerdem auch die Kampfchoreografien und so weiter und so fort, können wir gleich noch mal drüber reden. Für mich ist aber der Schwachpunkt dieser Serie aktuell noch die Charaktere, weil alle, die interessant hätten sein können, sind ab Folge 5 nicht mehr und alle, die bisher eher schwach sind, abgesehen vielleicht mal von Kaimir und Soul, die haben nicht die Fähigkeiten, das Ding alleine zu tragen, wenn sie jetzt nicht die beste Story aller Zeiten da noch ausdauern. Eine Sache, die mich auch noch ein bisschen gestört hat, vielleicht hast du ja für dich einen Reim draus gemacht, warum erkennt Saul May nicht? Du meinst als, also wir springen jetzt am Ende der 15. Folge, wo quasi das doppelte Lottchen geswitcht wurde und dann erkennt Saul nicht, dass es May ist. Ja. Ja, einerseits muss man ja sagen, spannend, dass die Zwillinge sich für einen ähnlichen Haarstil entschieden haben, die ganzen Jahre, die die nicht zusammengelebt haben, das kann man ja noch irgendwie durch die Macht erklären. Also hier würde ich es jetzt mal sagen, wenn du die Macht nicht bewusst anwendest, um in die Gedanken deines Gegenübers zu schauen, dann muss schon ziemlich klar sein und dann muss die Person schon eine komplett andere Aura haben, als die Person, die man kennt. Und erstens hat er die irgendwie seit wie vielen Jahren nicht mehr gesehen? Bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, ist also jetzt auch seit kurzem erst wieder mit Osher zusammen und dann scheinen sich May und Osher ja wegen ihrer Zwillingshaftigkeit so zu ähneln, dass man das nicht unbedingt ohne Gedanken lesen direkt sehen kann, wer das ist. Also so habe ich es mir erklärt, weil den Sprung fand ich gar nicht mal so schlimm, dass er es nicht direkt merkt. Er guckt ja ein bisschen skeptisch, aber er ist erst mal kommt aus dem fetten Kampf raus, in dem er ordentlich gelitten hat. Er ist in der Hektik, dass er sie schnell retten will von dieser Welt und er denkt, dass May mit dem anderen geflohen ist oder selber geflohen ist. Da müsste er jetzt schon dreimal nachgucken, um sich sicher zu sein. Dann ist die Anderns aber beim Einstellungstest, wenn sie dann in Coruscant sind, nicht merken. Also ich glaube, da haben wir, für mich ist das ein kleines Plothole. Ja, okay. Das muss funktionieren, damit es funktioniert. Und es macht es halt insofern etwas komisch, denn in der übernächsten Folge gibt es ja extra so den Helm, der dann vor Gedanken schützt so wie Magneto, so ungefähr. Ja, ja. Also wir halten zu Folge 3 fest, es war, wie gesagt, es gab seine Momente, das CGI von dieser Oma war auch ganz schlecht, ja, das war auch grottig, das digitale Gesicht da, das sah auch ganz übel aus, aber abgesehen davon, mei, es war okay, es war okay, es war in Ordnung, es war jetzt nicht so schlimm. Gut, ich bin mit dir einer Meinung, wir wären noch einen zweiten Blickpunkt da zu sehen und dann wird sich bestimmt das eine oder andere aufklären. Was ich gerne in den nächsten zwei Folgen gesehen hätte, aber leider aus somit kolportiert Budgetgründen, ne, Ausrufezeichen, Budgetgründen nicht zu sehen war, war der kämpfende Wookie-Jedi. Und den hätte ich echt gerne gesehen. Enttäuscht. Ja, vor allen Dingen werden wir ja so angeteasert in Folge 3, dass wir den so in seiner Umgebung sehen und in Folge 4 ist er plötzlich direkt tot. Ja, genau. Und das war, da war ich wirklich enttäuscht, weil ich echt dachte so, ey, den will ich jetzt sehen, ja, also habe ich jetzt mal Bock drauf, will man einen kämpfenden Wookie-Jedi sehen, wie geil ist das denn bitte, ja. Stattdessen kriege ich halt Kameraeinstellungen aus Die Gefährten, ja, das war schon teilweise sehr, 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 ob wir es und eine leider etwas, ja, wieder etwas cringe Szene, als nämlich Osher dann ernsthaft nach dem Pronomen von diesem, von diesem Frettchenwiesel da fragt. Ja, ja, ach, warum, warum muss das sein? Das muss doch nicht sein. Man muss es doch einfach. Ich kann es dir erklären, warum. Ja. Ich kann es dir erklären, warum. Warum? Und das, ich habe mir letztens Red Letter Media auch die Berichterstattung der ersten vier Folgen von denen, angeschaut, die sind ja auch immer sehr amüsant unterwegs, aber muss man denen zugutehalten, so viel sie auch rumrageden, versuchen sie auch eine einigermaßen zurückhaltende Meinung einzunehmen, also sich mit Meinungen zurückzuhalten, wenn die nicht fundiert sind. Und die haben einen Punkt gebracht, den ich eigentlich für sowohl Star Trek als auch Star Wars sehr spannend finde. Schau zurück in die 80er, 90er oder 70er, wer damals Sci-Fi geschrieben hat, welche Themen damals verwurstet worden sind. Das war die Generation der Boomer, die Nachkriegsgeneration, die sich mit sehr vielen Themen, kalter Krieg, wir möchten Hippie-Bewegung, Frieden und sowas, auseinandersetzt und immer entsprechend das gezeigt hat, was für die in der Generation relevant war. Das waren dann gewisse Themen, die auch in Star Wars oder Star Trek verarbeitet worden sind. Gene Roddenberry hat bewusst im Zeitalter des Kalten Krieges auf eine Utopie gesetzt, in der die Menschheit zusammen in Frieden lebt und wo die meisten Probleme gelöst worden sind. Warum haben wir aktuell einfach so viele in Anführungsstriche Woke-Serien, weil wir hier auch eine ganz andere Autorengeneration hinter haben, ganz andere Macher, die das Ganze produzieren, die das Ganze schreiben, die sich einfach mit den Themen beschäftigen und die Themen da reinschreiben, die für die Generation wichtig ist, für die Leute, die das gerade schreiben und mit denen die sich beschäftigen und das sind halt sehr identitätsstiftende Themen in einer Zeit, wo man sich im Kulturkampf behaupten muss und wo der Kulturkampf einfach zu extrem toxischen und sehr seltsamen Auswüchsen führt und wir haben hier eine kreative Generation, die hinter diesen meisten Serien steckt, die einfach Themen da mit reinbringen, die für sie relevant sind und wenn für die Schreibergeneration genau dieses Thema Identität und Gender wichtig ist, da ist das kein Wunder, dass wir das so stark in den letzten Jahren in diesen Medien sehen, weil die schreiben nicht nur für die Leute, die da draußen gucken, nicht nur für die Boomer, die es immer schon geschaut haben, sondern sie schreiben einfach ihre eigene Perspektive und ihre eigenen Erfahrungen mit in diese Medien mit rein und deshalb bekommen wir auch eine so Throwaway Line quasi, wo dann gefragt wird, was ist es denn jetzt, ist es ein er, sie oder es so ungefähr und das ist für mich in dem Fall, wenn ich das aus dem Blickwinkel sehe, dass das für die ein, für diese Generation von Autoren eine natürliche Integration der Themen ist, die für die relevant sind, sehe ich das schon wieder ganz anders und das ist nicht so im Vordergrund geschrieben, dass es wehtut, aber auch so, dass es Teil der ganzen Welt ist und das finde ich wiederum okay. Also, ja, aber das ist aber dann am Ende des Tages halt nur das Symptom und nicht die Ursache und ich bin völlig bei dir, dass das bei Acolyte weiß Gott nicht so in your faces wie bei halt Discovery zum Beispiel. Den Punkt, den ich an der Stelle mache, und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man das so argumentieren kann, aber dann sage ich halt okay, um jetzt, man kann es halt aber halt auch cleverer machen, verstehst du, der Punkt ist einfach, es ist nicht clever gemacht, es ist so in your face mit dem Holzhammer, dass es halt einfach schlichtere Gemüter dann gegen sich aufbringt und am Ende dem Anliegen genau den gegenteiligen Effekt hat, verstehst du, das ist der Punkt, eigentlich regt mich mehr auf, dass die Menschen, die es damit gut meinen, und da meine ich jetzt nicht gut Mensch im negativen Sinne, sondern die es wirklich da gut auch mit der Menschheit meinen, dass sie durch solche Aktionen und auch das PR-Team dann drumherum, dass sie durch solche Aktionen einfach die eigentlich gute Botschaft und gute Sache ins komplette Gegenteil verkehren und dann ihrer eigenen Community Bubble sogar einen absoluten Bärendienst erweisen. Ich sage es immer wieder, Ghostbusters 2016 ist ein Scheißfilm, aber nicht, weil da vier Mädels Ghostbusters sind, sondern weil es einfach ein schlechter Film ist und es ist objektiv nachweisbar, so und wenn dann das PR-Team halt draus spinnt, du bist ein mysogyner Wichser, wenn du Ghostbusters 2016 nicht gut findest, dann hat es halt der Frauenbewegung einen ganz massiven Bärendienst erwiesen, da ist der Schuss massiv nach hinten losgegangen und dass man das einfach sowohl bei Paramount als auch bei Disney und da gibt es nur noch ein paar andere, dass man das nicht rafft, das verstehe ich einfach nicht, das will mir nicht in den Kopf rein, dass man das einfach nicht checkt und man kann es ja auch clever machen, du bist ja bei Dead Nerds Talking nicht mehr dabei, aber weißt du, wie divers, unaufgeregt, unaufgeregt, divers, so rum, unaufgeregt, divers eigentlich The Walking Dead ist, Walking Dead hat andere Schwächen, ja, aber es ist unglaublich unaufgeregt, divers, in any way, shape or form und dann schmiegt es sich nämlich im wahrsten Sinn des Wortes angenehm in die Geschichte rein, weil das nämlich überhaupt kein Plotpoint ist, sondern es ist einfach so in der Welt, aber wenn dann halt aber ist es nicht so, also hier konkret diesen Punkt auf, wie heißt das Viech nochmal? Frettchengesicht. Um auf das Frettchengesicht zurückzukommen, ist es nicht nachvollziehbar, auch wenn es natürlich so ein bisschen in your face wirkt, dass man eine andere Spezies hat, von der man noch nichts gehört hat oder von der man noch nicht viel weiß und über die man spricht und indem man in einem Gespräch mit dem anderen sagt, was macht er, sie oder es eigentlich, wie muss ich es jetzt ansprechen? Es ist halt nicht er, sie, es, sondern es ist he, she, they. He, she, he, she, they, he, she, how have I, wie muss ich, wie muss ich es benennen? So und und ist es dann nicht, also aus der Perspektive ist es nicht im Gesprächsschluss, dadurch, dass man über dieses Wesen spricht und mehr über es wissen will, nicht auch angebracht zu fragen, wie muss ich es ansprechen? Wie muss ich es betiteln? Wenn es vielleicht sogar dort, in der, wir sind ja 100 Jahre zuvor, vielleicht auch nichts Ungewöhnliches ist, dass wir verschiedene Gender haben. Klar, haben wir es, wir haben es bisher im Star Wars Universum noch nicht auf die Art und Weise besprochen, weil es für Star Wars nicht relevant war. Wir haben verschiedene Spezies, wir haben viele, viele verschiedene Planeten, aber früher wurde es halt auch so geschrieben, dass es nicht relevant sein muss in dem Fall. Und hier ist es halt auch völlig irrelevant. Ja, aber wenn man das tut, das tut, das tut, dann war es nee, komm, jetzt red's nicht schön. Es ist einfach, es ist eine Laien, die ist reingeschrieben, um da zu sein. Es ist eine Laienlage, ich finde sie nicht schlimm, weil es durchaus auch in der Realität doch so sein könnte. Es war bisher nicht so, aber es ist halt von anderen, von moderneren Autoren geschrieben und wäre es früher vielleicht auch so gewesen. Nee, sorry, da gehe ich überhaupt nicht mit. Diese Laien ist drin, um drin zu sein, um eine Agenda zu setzen, um die Message durchzudrücken. Deswegen ist diese Scheiß-Line drin. Und mir geht es ja auch nicht um den einen Satz, mir geht es darum, was ich gerade eben ausgeführt habe, das, was da mitschwingt. Ja, das, was da mitschwingt. Und sorry, das ist da drin, Leia geht ja auch nicht hin und fragt dann Julia, was sind deine Pronouns. Also sorry, das ist doch Quatsch. Aber das war, Chris, damals aus der Perspektive, damals wie es geschrieben wurde, es war kein relevantes Thema. Aber du musst halt nicht auf Teufel... Ja, nochmal, ja, stopp, nochmal, nochmal, nochmal. Du musst ja nicht, verstehst du, ich verstehe ja den Punkt, den du, beziehungsweise Red Letter Media da macht, ja. Ich verstehe den Punkt, ja, den kann man ja auch mitgehen, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich halt, und wenn ich, verstehst du, wenn ich jetzt halt hier Charakter einführe, die erstmal sich über ihre Identität definiert werden, bevor sie über den Charakter und über die Handlung definiert werden, ja, dann ist das einfach schlechtes Writing und dann ist das einfach nur Agenda-Setting um des Agenda-Settings willen. Und das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch nicht gut. Und da geht es nicht darum, dass ich Pronouns scheiße finde, soll sich jeder nennen, wie er will, sondern es geht einfach darum, dass hier Dinge aus, so mit Holzhammer, aus der jetzt unserer Realität hier da reingebracht haben, die für mich ein immersives Erlebnis einfach killen, ja. Und das muss doch nicht sein, weil es halt auch cleverer geht, ja. Das könntest du zum Beispiel cleverer lösen, indem du das irgendwie halt dann erklärst und zwar Story-wise. Aber wenn ich halt da irgendwie in der High Republic im Expanded Universe gibt es dann irgendwie so an sowas, der erste nicht-binäre Jedi-Meister. Ja, who the fuck cares? Es steht ja auch nicht dabei, bei Obi-Wan steht ja auch nicht im Quellenbuch da drin, der zehntausendste hetero-Yedi-Meister, weil es sowieso scheißegal ist, weil die eh keinen Sex haben dürfen, ja. Also, verstehst du, darum geht es halt. Weißt du, das meine ich halt anbestimmt. Ich verstehe es auch, ich verstehe es auch komplett aus der Perspektive. Warum muss das jetzt zu einem Thema werden, wenn Geschlechter und Gender nie ein Thema in einem Star-Wars-Universum sind? Nein, warum muss es zum Thema stopp, stopp, nein, warum muss es zum Thema werden, wenn es zur Handlung nichts beizutragen hat? Das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Ja, okay. Okay, verstehe. Mach was damit im Plot, Haken dran, von mir aus, I don't fucking care, und dann funktionieren ja diese Writer's Rooms auch gut, erinnert dich an Discovery, wir haben immer gesagt, Kalber und Stamets sind im Grunde genommen die besten Charakter an Bord, weil die mit am realistischsten sind. Warum? Weil das wahrscheinlich aus der Lebenswelt des Writer's Rooms stammt, so ein queeres Couple. Ja, ist ja auch in Ordnung, so super und dann finde ich die ja auch klasse, ja, jetzt abgesehen davon, von seinem Gütefimmel vom Kalber in den letzten paar Folgen mal abgesehen, aber dann ist es ja auch völlig in Ordnung und dann ist es ja go for it, ja, und dann seid so, wie ihr, ja, mach eine ganze, mach einen ganzen queeren Jedi-Orden, I don't, I couldn't care less, ja, aber wenn es halt einfach nur der Satz reingeschrieben wird, um ihn reinzuschreiben und es sonst überhaupt nichts damit zu tun hat, dann geht es mir auf den Sack und zwar es geht mir auf den Sack qualitätstechnisch, weil es schlecht gemacht ist, es geht mir auf den Sack, weil ich finde, dass es der ganzen Bewegung einen absoluten Bärendienst erweist und der Schuss völlig nach hinten losgeht, was mich dann auch schon wieder aufregt und es geht mir auf den Sack, dass mir irgendjemand ehrlich gesagt sagen will, was ich jetzt gefälligst hier mitzunehmen habe an Moral aus dieser Geschichte, das würde ich schon gerne selber drauf kommen, was die Moral von der Geschichte ist und nicht, dass mir irgendeiner das vorkaut. Ja, ich glaube, es ist, im Publikum ernst. Ich weiß, aber in dem Fall ist es glaube ich auch, es ist hier nicht so gemeint, es soll keine Agenda aufdrücken, aus meiner Perspektive soll es keine Agenda draufdrücken, es ist einfach nur ein Nebensatz, der fällt und der auch einfach da nicht mehr relevant wird und es ist ein Nebensatz, der in dem Moment vielleicht interessant für den Charakter ist, weil er gerne wissen möchte, wie er dieses Wesen anspricht und das war es mit dabei. Es wird ja auch nicht mehr relevant für den Rest der Szenen. Es geht alleine darum, wie das, vielleicht ist es wichtig, ihr das anzusprechen, wie sie das Feder, wie dieses Frettchen ansprechen muss, aber für mich ist es etwas, was aus der Realität dieser Charaktere da herauskommt, ohne dass es zu sehr aufgedrückt sein muss. Für mich wäre es aufgedrückt gewesen, wenn das Thema noch weiter da gewesen wäre und nichts zur Story mit beibringt, aber dadurch, dass es in einem Nebensatz erwähnt wird, was für mich ähnlich ist, wie, ist es ein er oder ist ein sie, sie, wenn man es vielleicht Geschlecht nicht sehen kann, das ist für mich was ähnliches, weil man bei diesem Viech auch einfach nicht ansehen kann, was es jetzt, was es jetzt genau, genau so ist und man kann es als es ansprechen, man kann es als they ansprechen und das war für mich ein, also deshalb, mir ist es auch erst aufgefallen, in dem Moment, wo wir dann per WhatsApp drüber geschrieben haben, weil sonst ist es für mich völlig einfach nur Teil der Clunky, der sehr, sehr, sowieso nicht sehr guten Dialoge in dieser Serie. Ja, die Dialoge sind sehr, sehr, sehr klank hier. Genau, die sehr, die Dialoge sind sowieso sehr holprig, alles was da gesprochen wird, ist sehr holprig und in diesem holprigen Konstrukt ist mir das nicht als besonderer Punkt aufgefallen, der irgendeine Agenda durchdrücken soll oder der besonders auffällig gewesen wäre, sondern das ist einfach wie die Autoren diese Charaktere schreiben und das war für mich das Einzige, warum das für mich absolut kein Aufreger ist und als ich dann Red Letter Media nochmal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das ist halt die Realität der Autoren, die das schreiben und wenn die nicht besser gelernt haben, Dialoge zu schreiben, dann kommen halt auch solche Sachen mit rein, die nicht unbedingt eine Agenda durchdrücken, aber die auch nicht die besten Dialoge sind. Okay, einigen wir uns darauf, es ist halt einfach eine mittelmäßige Show mit mittelmäßigen Dialogen. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn ich sagen muss, dass die Folgen 4 und 5 und wir können sie glaube ich als Ganzes besprechen, die den Titel hatten Day and Night, Tag und Nacht, durchaus, du hast gerade schon die Kampfszene angesprochen und ja auch jetzt den Reveal hatten und so weiter, ich fand die gut, die haben mich gut unterhalten, ich hätte sie gerne back to back geguckt. Ich finde diese Serie müsste eigentlich ehrlich gesagt am Stück, glaube ich, veröffentlicht werden, dann hätte man sich vielleicht wenig, hätte man vielleicht ein bisschen weniger Ärger sich eingehandelt, aber wir kommen also auf irgendeinen Planeten, ich kann mir die Planeten auch nicht merken, ist mir auch echt völlig wurscht und der ganze Jedi-Stoß, genau, der ganze Jedi-Stoßtrupp ist dabei, wir sehen eigentlich alle Jedi, die wir bisher schon so gesehen haben und wir sehen auf den Planeten, da ist ja auch May, war das der komische Typ, der diesen Laden hatte? Ja, genau, okay, und genau, Kai mir, und ich hatte den schon am Anfang der Folge sofort im Verdacht, weil ich mir dachte so, hä, was macht der jetzt da und als er dann so, so treu dumm in die Falle getappt ist, dachte ich mir, ah, jetzt, now I got you, ja, das war irgendwie so, das war so, so relativ obvious, das war jetzt nicht so, der Reveal, der hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich geschockt, es war dann auch natürlich ein bisschen, auch diese Galaxie ist natürlich wieder sehr klein, dass das dann Souls, war das Souls Padawan? Ja, ne, glaube ich. Ja, der hat mit Soul nichts zu tun. Ah, okay. Den kennen die nicht, der wissen die nicht, wo der herkommt. Bist du sicher? Ja, ja. Okay. Der hat, der, nee, der, 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 die Padawan war Osha von Soul. Ah, ich dachte, der kannte den. Es hat so ein bisschen, sah so ein bisschen aus, als er würde der den kennen. Genau. Aber Soul kennt ihn definitiv nicht. Er kennt ihn nur durch den Zufall oder durch die Begegnung auf dem anderen Planeten. Ah, okay, okay, na gut. Sonst hätte der den ja auch schon vorher erkannt. Ja, ja, eben. Ja, gut, er hat ja den Helm auf, der seine Gedanken geblockt hat. Ja, ja, aber also, dass er ihn sieht, als, ich meine, in den anderen Szenen, wo er da als Schmuggler unterwegs ist, der Kaimir, da haben sie ja dann auch sicherlich irgendwelche Bilder von ihm gehabt. Ich glaube nicht, dass der da so unter einem Radar durchgeflogen wäre, wenn den nicht irgendwer als vielleicht bekannten Padawan getaggt hätte. Sag mal, ist es eigentlich wirklich billiger inzwischen, Wunden aus dem Rechner kommen zu lassen, als die noch praktisch hinzuschminken? Ist das inzwischen echt billiger? Ja. Weil der Wookie ist ja auch von der CGI Laserwaffe gekillt worden. Ja. Und... Ja, muss ich dir denken, entweder bist du dran und mit dem entsprechenden Master of Make-up packst du da zwei Stunden rein, um das Make-up ordentlich aussehen zu lassen. Aber da hockt doch ein Typ am Rechner auch zwei Stunden dran, oder? Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber für... Wahrscheinlich ist es für die Produktionsfirma generell günstiger, einen unterbezahlten WFX-Artist als einen unterbezahlten Make-up-Artist da zu haben. Na gut, ich sag mal so, der WFX-Artist, der hat halt seinen 9-to-5-Shop und der Make-up-Artist, der hält natürlich den ganzen Drehbetrieb auf, weil wenn das Ding nicht fertig ist, können sie noch nicht anfangen. Arcade-Design. Ja. Vielleicht liegt es daran. Und ja, also ich mein, die Folge 4 so, die Plätsch hat noch so ein bisschen vor sich hin. Da ist relativ dialoglastig. Wie gesagt, die sind etwas clunky, die Dialoge. Das weiß auch nicht so genau, warum sie eigentlich da jetzt so in diesen Wald stiefeln und warum sie da auch wieder meilenweit weg parken und bla bla bla. Alles so ein bisschen, wir laufen jetzt halt um des Laufens willen, aber okay. Atmosphärische Störungen können sie sich nicht hinbiegen. Ja, genau. So was, der Klassiker halt. Und ja, und dann haben wir am Ende zwei Reveals. Zum einen, dass die May jetzt auch sozusagen in die Falle getappt ist, dass ihr also jetzt die Morde angehängt werden. Also jetzt wirklich so richtig, richtig angehängt werden. Und wir sehen dann zum ersten Mal den, ja, you might call me Sif-Typen mit einem, ja, er muss natürlich wieder einen Helm tragen, weil Sifs immer böse Helme tragen. Allerdings war mir dieser Helm doch ein bisschen zu, ah, wie aus so einem, aus so einem Edie Roth Halloween-Film irgendwie. Es war so ein Joker-Masken-Helm. Ja, genau. Ja, genau. So mit diesem aufgemalten Grinsen irgendwie. Ha, den fand ich ein bisschen off. Also ich finde, dass die Sif sowieso immer Helme tragen, oder fast immer bis auf Darth Maul, fand ich sowieso irgendwie immer albern. Bei Vader hat es halt einen medizinischen Hintergrund und alle anderen ist halt einfach nur, ich will böse aussehen. Und dadurch, dass die dann alle Helme haben, ist es halt schon wieder so ein Trope für sich, was dann schon wieder so ein bisschen albern wird. Und ich glaube, man kann es noch ein bisschen damit erklären, dass alles Sifs Helme tragen. Und natürlich, die sind unter dem Radar und verbergen ihre wahre Identität. Hat man ja auch bei Palpatine die ganze Zeit gehabt. Wer ist es jetzt wirklich der Imperator? Ist es jetzt nicht der Imperator? Und das hat schon einen, diesen Secret-Identity-Aspekt des Sifs, den die die ganze Zeit noch mit drin haben. Ja, hat ja bei Palpatine auch super geklappt. Also das ist ja, würde ich mir ja, also wäre der Traum für jeden Bankräume, wenn er einfach so eine Kapuze tief ins Gesicht ziehen muss. Und sofort erkennt ihr kein Mensch mehr. Niemand, niemand. Kannst dir jede Bank überfallen, gehst raus, Kapuze tief ins Gesicht, zack, erkennt dich keiner mehr. Mich hat er ja so ein bisschen erinnert an diese Knights of Ren. Die super angetiste Schläger-Truppe von Kylo Ren, die wir danach nie wieder großartig gesehen haben, um sie dann von J.J. noch mal so reingekrampft zu kriegen, damit wenigstens noch irgendwas mit denen gemacht wird. Da hat er mich so ein bisschen dran erinnert. Es ist halt alles, wie, was J.J. Abrams schafft, ist eine kleine Mystery-Box und es ist dann die Aufgabe von anderen, diese Mystery-Box zu erklären. Und ähnlich wie Reys Herkunft hatten wir das gleiche Problem mit den Knights of Ren, die, glaube ich, in irgendwelchen Romanen noch vorgekommen sind und ein bisschen beschrieben worden sind. Aber da haben wir ja schon gesagt, wenn es nicht im Main-Film passiert, dann ist es eigentlich nicht passiert für die meisten Zuschauer, die da unterwegs sind. Ja, ich kann es verstehen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen die Original-Story von denen mitbekommen, okay. Ich glaube, das ist aber zu abstrakt für die meisten Zuschauer, die diese Serie erreichen soll. Und das muss ich dann auch wieder der Serie zugute halten. Man muss nicht viel über das Star-Wars-Universum wissen, um dieser Serie folgen zu können und um den Charakteren folgen zu können. Man muss ein bisschen wissen, es gibt Jedi, es gibt eine Galaxie, aber eigentlich wird der ganze Plot innerhalb dieser Serie schon für sich erklärt. Die Charaktere werden eingeführt, der Plot wird eingeführt und mehr braucht man als Zuschauer hier nicht zu wissen. Und dafür ist diese Acolyte-Serie für mich schon ein ziemlich guter Einstieg in das ganze Star-Wars-Thema, weil einfach diese Vorbelastung nicht da ist. Und das muss ich der Serie auch insgesamt zugute halten. Hätten wir das Ganze, wäre es jetzt eine Obi-Wan-Serie gewesen, hätten wir sehr viele Verbindungen wieder zum übrigen Skywalker-Universum gehabt, dann hätte ich darüber meckern können, dass wir hier wieder Content vorgesetzt bekommen, der einfach nur langweilig ist und irgendwie kein Highlight ist. Für mich ist ein Highlight an dieser Serie, dass wir wenig über diesen Zeitraum der Galaxie, der High Republic wissen und wenig über die Charaktere wissen, sodass man unbelastet in das Ganze reingehen kann. Ja, und dann ist auf einmal der Bodycount im Cast echt hoch. Also hier Daphne Key, Jackie Lon, weg. Ja, dann Charlie Bennett, Yord, Van Daal, weg. Dann noch ein paar No-Names, noch ein paar Red Shirts. Da gab es auch schon ein paar schöne Memes inzwischen. So Jedis mit roten Roben. Sehr schön. Und ich habe mir die Kämpfe mal gerade, während ich deine Ausführungen gelauscht habe, noch ein bisschen angeguckt und habe sie mal ein bisschen in Zeitlupe so laufen lassen. Die versuchen ja ernsthaft, sich zu treffen. Wenn man sich nämlich die Kämpfe von den Sequels anschaut, gerade den gegen diese roten Wachen da, da merkst du halt, dass der Kampf so choreografiert ist, dass die permanent eigentlich aneinander vorbeischlagen. Also die hüpfen halt wie blöd rum, aber sie treffen sich halt nie. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, das ist cool. Und vor allem, das ist auch geil gemacht, weil es coole Ideen hat. Dass zum Beispiel der Sif dann auf einmal sein Lichtschwert halt teilt. Und dann eben hier, und dann eben die Jackie dann killt. Oder was auch neu ist, dass er so einen Armreif hat, der dann die Lichtschwerte deaktiviert. Coole Idee. Coole Idee. Total auch. Ich fand ja den geilsten Move da, wo er einen Jedi aufspießt und mit der Macht den zweiten Jedi noch da raufzieht, sehr erbarmungslos. Und das zeigt uns auch, ich meine, das wird ja in der Serie gesagt, die Serie ist ja nicht subtil, dass er einfach ohne Regeln kämpft. Und das merkt man, die Jedi sind daran gewohnt, mit Regeln zu kämpfen. Und der bricht hier einfach alles. Und dementsprechend kann er sie alle abschlachten. Ja, ganz genau. Und das ist wirklich, also wer auch immer das choreografiert hat, Maitre, ja, sensationell, richtig gut gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Vor allem, weil ja der Kampf auch, der war auch, und das war mit, was ich gut fand, der wurde öfter mal unterbrochen, ja, aber es hat nie den Rhythmus rausgenommen. Ja, wir haben immer wieder mal zu May geschaltet und zu Osher geschaltet und so weiter. Es hat nie den Rhythmus rausgenommen. Gut, dass es am Ende dann darauf hinausläuft, dass diese Viecher kommen, das war so ein bisschen obvious, als er da mit dem, als er da am Anfang da schon in der Folge davor sagt, von Licht werden sie angezogen. Da hatte ich mir schon so, ah, okay. Die haben die Viecher nicht auf dem Sonntag so prominent gezeigt. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich fand diesen Planeten interessant. Ich fand, dass die Flora und Fauna da gezeigt wurde und dass die am Ende auch eingesetzt wird. Diese sehr creepy Dinger, Bugs, die da rumlaufen und sich an die Bäume hängen. Das fand ich einen sehr spannenden Einsatz der Natur, den wir sonst, wann haben wir den zuletzt bei Star Wars gesehen? Vielleicht in den Sequels, wenn die auf der Arena da rumkämmen. Naja, es gibt doch in Mandalorian, das ist in jeder zweiten Folge irgendwie das große Monster. Also das große Monster der Woche ist immer dabei. Ja, aber wir sind meistens auf irgendeinem Tatooine-ähnlichen Wüstenplaneten unterwegs und sehen nicht mal diese Art von Natur, die da ist. Das mochte ich zum Beispiel auch an den Jedi Survivor, an den Spielen Fallen Order, dass wir nicht nur auf Wüstenplaneten unterwegs sind, sondern dass wir uns durch Flora und Fauna kämpfen müssen, wo ich lieber ein grünes Dickicht sehe, als die ganze Zeit nur Dunen-Sandwüsten. Da hast du vollkommen recht. Da ist echt nur was dabei. Naja, und dann gab es aber natürlich trotzdem noch einen sehr, 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 sehr cringen Moment, als dann Osher sich ernsthaft, May ernsthaft die Haare mit dem Laserschwert schneidet. Perfekte Frisur. Eieiei, also es sah nicht nur, dass es albern aussah, ja, nicht nur, dass es albern aussah, es hat auch, ja, nee, das ist, nee, 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 das hätte man sich auch besser schreiben können. Und jetzt muss ich auch noch mal kurz von vorhin was korrigieren. Ich bin natürlich, als wir vorhin gesagt haben, dass Soul es nicht merkt, das war natürlich nicht auf das Kind bezogen, sondern das war natürlich auf die Erwachsene May bezogen, dass er das da nicht merkt. Und dann muss man aber ganz ehrlich sagen, ich hatte das gerade ein bisschen falsch in Erinnerung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir reden ja hier von einer tendenziell ausgebildeten, dunklen Jedi, Sith, whatever, ja. Und dass Soul das nicht merkt, das ist, glaube ich, einfach nur dem Plot geschuldet, weil es jetzt halt so sein muss. Und ich fand klar, die Szene mit den Haaren war jetzt nicht unbedingt die cleverste Szene. Ich fand, ehrlich gesagt, cringier die Szene davor, wo May auf Osher trifft und versucht, mit ihr so ein bisschen alles auszuhandeln und ihr dieses Gespräch über sich selber und die Kindheit und so was hat. Das habe ich ja eben schon gesagt. Für mich trägt die Schauspielerin das gerade noch nicht. Klar, das Material ist auch nicht das Beste, was hier gezeigt wird, aber das fühlt sich alles so steif und so, ich möchte nicht sagen seelenlos, aber einfach nur sehr steif und sehr hölzern an, was wir hier präsentiert bekommen. Und wir haben immerhin noch drei Folgen, die dann größtenteils durch sie und Saul und den Kai mir getragen werden muss. Und sie ist für mich leider aktuell nicht up to the task. Ja, sehe ich auch so. Also das ist von der Casting-Choice her, ich finde, sie macht es als Böse sogar noch einen Ticken besser als Osher. Also die May ist ja noch ein bisschen besser als Osher, aber mich holt die auch irgendwie nicht so ab. Es ist kein Charakter, der einem so dauerhaft im Gedicht des Bleibes wird. Genau, dafür hat der Manny Jacinto, der den Kai mir spielt, also den bösen Sith Lord, großartig. Ich meine, ich kannte ihn schon aus The Good Place, perfekte Serie, kann ich jedem empfehlen, mal reinzuschauen. Diese Serie macht so viel Spaß. Da spielt er eher den Idioten, also eher mehr in der Richtung, wie er den Schmuggler vorher spielt. Aber diesen Wechsel, den er da hinbekommt, von diesem stotternden Schmuggler hin zu diesem sehr sinistren, dunklen Lord, der dann am Ende ist. Ein geiler Switch, das hat er richtig gut gemacht. Und der macht als Cis Lord, wenn er ein Cis Lord am Ende ist, sehr viel Spaß ihm zuzuschauen. Er hat für mich was, er hat für mich was Darth Mauliges, wenn Darth Maul gut gespielt hätte, wenn er mehr bekommen hätte in der Prequel-Trilogie. Er ist eigentlich das, was ich mir für Darth Maul in der Prequel-Trilogie gewünscht hätte, dass er ein Gegenspieler ist. Das ist ja richtig so verschlagen, düster, mit dem Lächeln dabei und vor allen Dingen auch gritty und dark dabei. Und ich bin Fan von ihm aktuell. Auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt. Und jetzt gucke ich halt schon wieder auf die Episodenanzahl. Es sind nur noch drei Stück. Das heißt insgesamt wahrscheinlich knapp 90 Minuten, vielleicht 100. Die nächste Folge heißt The Parent Trap. Ja, und ich habe wieder meine übliche Befürchtung, wie jedes Mal neuerdings. Entweder du hast eine Geschichte, die einfach nicht über den Zeitraum trägt. Dann haben sie vorher wieder viel Zeit verloren mit Blabla. Und das Ding künstlich in die Nänge gezogen und am Ende wieder zu rushen. Oder wir kriegen vielleicht, und dann weiß ich nicht, ob es da eine zweite Staffel geben wird, ob man das in Plan hat, oder ob das irgendwie so eine in sich abgeschlossene Geschichte ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das in drei Folgen jetzt noch befriedigend auflösen kann. Ja, das wird eine Herausforderung sein, vor allem mit dem, was uns bisher gezeigt wurde. The Parent Trap, übrigens, ein Zwilling kommt selten allein. Das ist der deutsche Titel des damaligen Films, das doppelte Lottchen quasi. Da wissen wir ja schon mehr oder weniger, was dann in dieser Episode auf uns zukommt. Oh Gott, jetzt vergewaltigen sie auch noch Erich Kästen. Das ist schlimm. Naja, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Däumelein nach oben da. Bewertet uns, schreibt uns eine E-Mail, geht auch mal in unseren Shop, netizismus.de slash Shop, kauft euch ein cooles T-Shirt, eine coole Tasse. Ist ja auch immer was, was man sich vielleicht zu Hause machen, auch in seinem Büro stellen kann oder zu Hause auf den Schreibtisch. Und vor allem, ne, tragt euch ganz dick im Kalender ein. Halloween, 31. Oktober im Rabbit Hole Theater, unsere Nerdy Christmas Halloween Edition. So, in diesem Sinne macht ihr Jotter draußen, Michael, dir wieder vielen Dank und auch vielen Dank euch da draußen fürs Einschalten. Weiter geht's dann irgendwann in den nächsten Tagen mit House of the Dragon und dann kommt ja auch noch Deadpool und Wolverine, da bin ich auch mal gespannt. Boah, mal gucken. Ihr werdet noch genug von uns hören. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Uwe. Appl espere Dialog.